okay es macht mir total viel der mensch hey du bist auch stark bätschand kann es gar nicht lesen wenn ich drumherum wenn ich gerne mit eiltränke fünf stück gleich fünf haben der schade dachte man fünf drin ist ja auch geil gewesen da muss ich nicht so sparsam damit sein so ich weiß nicht was jetzt passiert ich denke die stehen gleich auf und verkloppen mich aber ich mach es mal surprise so getestet bei diesem stab auch 500 der menschen okay gehört unser schwert gar nicht verletzen vielleicht mit einem anderen schwert das versetzt man denn so ding mit einer keule das ist auch ein schwert dann keine keulen dem ding vielleicht wow nehmen wir lieber das hier das war's habe ich es jetzt geschafft oder gefällt ich glaube ich habe es gefällt schade ich nur wüsste womit ich den gut damit machen kann habe ich es doch geschafft und wenn das ding er geht schon wohn können wir es benutzen hey 6 prozent mit dem spiel durch okay da ist eine ganze menge zeugs bei okay er schreibt anscheinend sehr interessante sachen rein die frage ist aber jetzt haben wir das quest geschafft welches war denn das ein need to do denn was hier unten bei tango lüding ich sehe schon wir haben es verloren und müssen uns neues holen sehr gut guck nicht so schwul alter er wird böse er wird böse ich will doch nur hier weg ich habe das gefühl wir müssen den drachen killen so dass der researcher hat er mir neues gegeben weil er anscheinend so viele davon hat das nehmen wir noch mit ihr das bisschen geld obwohl bisschen was ja nicht dann gehen wir wieder darunter jetzt ist es weg warum ist er weg muss man nicht verstehen warum der jetzt weg ist der typ ich wollte ihn eigentlich noch verprügeln irgendwann damit geht aber wieder eine lila waffe gefunden und wir fressen erstmal schnell was bevor neue spawnen den zwar nicht sehr stark aber die machen doch einigermaßen schaden ja wie lange dauert das ding jetzt mach mal eine hier ist so langweilig wenn man hier nur zuguckt komm so jetzt haben wir es aufgecharged ich weiß zwar nicht was das jetzt für ein stein ist und warum jetzt auf einmal der drache weg ist aber vielleicht ist der drache nur tagsüber da weil jetzt ist anscheinend nacht gewonnen wie dem auch sei ich nutze die chance ist man kloppt die dinger hier ey 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 ich will nicht in den kack aus aber so kleine dingertreffen ist schon wieder total ekelhaft friss mal schneller dann gucken wir mich mal was wir gerade tolles gefunden haben einen helden haben wir gefunden mit 40 hp der besser ist als meiner das hier macht 300 damage an allem um mich herum ich weiß nicht wie viele das hier trifft aber ich glaube das ist schon besser das blitzding was macht der denn was macht der alter auf so gut er weiß nicht so stark er hat mir zwar das halbe leben weggerissen aber er sah stärker aus als er war das jetzt hier was war es ich weiß nicht ich weiß nicht was es war ich habe auch keine angst davor ignoriert einfach bis es mich kält kann anscheinend nicht an lava sterben ist schon mal gut wenn man das früher herausfindet so später kommt mir schon mehr laber als jetzt das ding hier unten egal schade hätte sein können dass man sich da erst mal mehr schlüssel als einholen kann ich gehe davon aus dass wir noch genug schlüssel brauchen werden da ist er dort eine ganze menge es ist nicht fest gewesen dass ich einen so ein horn die schade hat die leute die 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 naja wir haben ein langschwert davon müsste eigentlich besser sein als ein breitschwert wenn man der normalen videogame logik folgt da war immer kurzschwert langschwert was dort schwert ne kurzschwert breitschwert langschwert was dort schwert haben also die reihenfolge von diago und wort zu er war 300 der mensch 250 der mensch sieht er genauso aus die mitte also ich hatte schon langsorten hätten wort nach man ist es ein verwirrend so kriegt noch money auf dem boden nach die überlebnis gut hat sich voll gelohnt wenn ich eh noch aufhören muss dann brauche ich ja gar nicht damit weglasern so wir haben sechs hören so brauchen wir noch drei ich kann einigermaßen zählen zumindest einstellige zahlen kriege ich gerade so noch hin jetzt haben wir neun ich wollte gerade sagen 8 aber das wäre peinlich gewesen wenn könnte ich ja doch nicht zählen justice ready ich weiß immer noch nicht wo der drache hin ist ich will ich will eigentlich mal eingreifen ich hätte das gleich machen sollen so wie sonst auch bis jetzt in fast allen spielen so gemacht dass ich immer alles anspringen was ich sehe dann kriegst keine trank machen so es war ziemlich langwierig wenn man jedes mal ein ding frisst so das schießen wir mal auf ein dornenschwert so was haben wir denn hier boots of infernal energy fire resists und 22 leben die sind besser als meins gloves of eternal internal energies das ist wahrscheinlich auch besser als meins ja gibt mir auch noch mal resistenz gegen feuer und das ding ist auch noch mal ein bisschen stärker als meins klar sieht früge aus das bewegt ist sogar wir zeigen noch mal ein bisschen was hier ja ich möchte das können warum kriegt man dafür die gelacht so viel okay gold kriegen wir so viel gerade das ist das denn speed position speed 100 5 prozent also sein wahrscheinlich minimal schneller oder das heißt plus 105 prozent dann werden wir ziemlich schnell das headshot machen wir weg unsere startwaffe deswegen brauchen wir auch nicht ach das gibt vielleicht mal so viel sieben tausend das kann auch weg das kann auch weg kukri kann auch weg das anders vor das behalten wir mal noch das ist zwar jetzt nicht mehr so stark aber ich fand zum look her ziemlich nett anzusehen nicht dass mich das jetzt irgendwie weiter bringt aber ich finde das gut dass man seine items hier einfach so zu geld machen kann egal wo man ist das finde ich sollten sie in vielen spielen mal so einbauen das ist mal recht jeglich wenn man erst warten muss bis man in den dorf ankommt und dann alles verkaufen kann also meist mal wieder ein bisschen platz im inventory und wir müssen also das sind ganz viele das sind wirklich viele hier 1000 krit wenn natürlich interessant wenn man mal so wissen würde ob es später überhaupt auch richtige zauber gibt die man permanent raus rotzen kann überhaupt die zauber jetzt immer nur auf justice beruhen weil sonst könnte man ja vielleicht sogar später ein magier spielen ja danke dass du mir sagst das hätte man vielleicht mal wissen sollen bevor man alles in gut geld um gemandelt hat wow zu denen hier ist level 2 aber er killt mich hä warum machen die denn so viel damage in level 2 level 2 gegner die stärker sind als die level 8 normal woods of science sind wir denn eigentlich gerade wir sind jetzt da okay wir nehmen das jetzt mal mit des zeugs stupe chicken stupe natürlich so geschrieben wie ein heavy ist sagen würde naja schauen wir uns einfach mal ein bisschen um ich weiß nicht warum hier level 3 gegner rumhüppeln pixie push da hinten geht es glaube ich wieder zurück zur miss havens dance oder ist die da hinten das ne das ist ein anderer das ist ein bobble wood gibt es hier unten vielleicht noch was schönes ne die kiste haben wir ja schon du bist tot du bist auch tot du auch so da liegt noch ein keks den nehmen wir mit da hinten das klo aktivieren wir vielleicht noch was ist das helpfull sein hm das ist ein schild das leuchtet und es heißt helpfull sein vielleicht das ist ja hilfreich wenn wir uns das mal angucken das ist ein R oh ein waffenhändler das war das anders let's see your weapon selection ähm das hat ein schönes was ist das ich weiß nicht was es ist aber es kostet fast gar nichts es ist gott mode oder wie hm warum verkauft ihr dieselben sachen die ich auch hab ah das hier habe ich nicht was das sind skull bed sword ein schädel fledermaus schwert so das ding haben wir naja rapid fire muss ich daher die ganze zeit hämmern oder macht das nein naja das ist mal nichts interessantes bei was gibt es hier bridge to plug muckle closed by order of lord one prong ja da kommen wir erstmal nicht lang gut dann geht es hier oben anscheinend weiter dann ist das nicht das ganze spiel hätten wir uns denken können das ist wirklich ein sehr hilfreiches schild das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet so da stand grad dass das klo aktiviert ist ich nehme mal das zeug hier alles mit ja wer weiß wofür wir 15 kirschen brauchen hey 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 wer war nicht frech hier so hammer ja 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 quell ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020